Puh, gute Frage. Gute Frage. Muss ich Lovely fragen? Ob ich das machen darf? Ich denke mal schon. Apropos, wann kommt ein Lovely endlich? Oh, hi. Da bist du ja. Perfektes Timing. Ich habe schon sehnsüchtig auf dich gewartet. My Lovely. It's me. Mess me. So schön, dass du da bist, my Lovely. Machst dir gemütlich, machst dir bequem, kuschelig ein. Ich werde mich jetzt richtig gut um dich kümmern und ich habe schon was ganz wildes mit dir geplant. Ich hoffe, du hast richtig Bock da drauf. Es wird ein bisschen fancy und bunt und ich hoffe, du sagst ja. Sagst du ja? Darf ich ein bisschen an dir rum experimentieren? Besser gesagt, an deinen Haaren. Ja? Okay. High five. Sehr gut. Vielleicht ein bisschen noch abschneiden. Das überlegen wir gleich. Okay. Erstmal werde ich deine Kopfhaut inspizieren. Ob die Haare auch schon wieder Farbe zulassen. Das ist so ein ganz besonderes Teil. Damit kann ich erkennen, ob die Haare auch wieder Lust haben. Auf Farbe. Ja. Besser gesagt, die Kopfhaut. Es tut nicht weh. Ich gehe einmal so über deinen Kopf damit. Durch die Haare. Inspiziere ein bisschen deine Kopfhaut. Es tut nicht weh. Es geht ganz schnell. Hier. Hör mal so ein kleiner, scan, 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 scan. Hier auch noch so. Scan, 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 scan. Scan, 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 scan. Sieht sehr gut aus. Wenn hast du, wenn hast du so, wenn hast du so letztendlich deine Haare gefärmt? Na ja, das sollte passen. Ja, das klingt gut. Klingt gut. Sehr gut. Hier hinten auch noch. Okay. Perfekt. Und schneiden ist für dich okay. Wäre das eine Option? Bisschen. So, ganz bisschen. Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz bisschen. Oder viel. Hast du gerade gesagt, ich soll viel abschneiden? Bist du bereit für so eine richtige Haarveränderung? Mal sehen. Erstmal. Hier. Erstmal schau ich, wie lang deine Haare sind. Wir wollen ja auch nicht zu viel abschneiden, ne? Wie viel darf ich denn so? Ein Zentimeter wäre so viel. Oder zwei Zentimeter. Drei. Hast du gerade einen Millimeter gesagt? Weißt du, wie viel ein Millimeter ist? Hör mal, das wird man nicht erkennen. Das ist nur so viel. Also das Mindeste. Nur 0,5. Also 5 Millimeter. Was meinst du? Ein Zentimeter. Ein, eigentlich, komm, ein Zentimeter. Ich guck mal, warte, ich zeig dir mal kurz. Von hier bis hier. Also ich glaube, ich brauche mal ein geschaltes Maßband. Das fliegt mir doch immer aus der Hand. Gerade mal von hier. Wäre das dann bis hier. Das wäre dann ziemlich gut aussehen, ja? Vorne vielleicht ein bisschen kürzer. Sagen wir so zwei oder drei Zentimeter. So. Eins, zwei, drei. Ja. Ich würde sagen, das klingt gut, ne? Dann mache ich deine Haare jetzt erstmal ein bisschen nass. Ne, brauchen wir gar nicht. Das benutzen wir gleich für. Ja, das Wasser benutzen wir gleich für. Für die Haarkreide. Genau. Erstmal. Nehme ich hier so eine kleine Strähne. Hab meine mega gute Einhornbürste. Ah, Bürste. Schere. Und. Mal erstmal mal so ein ganz kleines bisschen. Also, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn, elf, noise, zehn, Kuck mal so ein bisschen. Wahrscheinlich geht bei einem Feigen, Ugnen, acht, zehn, fünf, zehn, 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 magnificent. Jetzt haben wir ein bisschen von oben. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Einundzwanzig. Zweiundzwanzig. Perfekt. Genau, zwanzig. Perfekt. Das mache ich aber nur ganz schnell. Diese ganzen kleinen Härchen. Von deinem Gesicht weg, sorry. Ein paar Haare sind in deinem Gesicht gelandet. Aber das macht gar nichts. Dafür kann ich diesen wunderschönen Pinsel benutzen. Einmal kurz Augen zu. Warte mal, vielleicht kann ich die auch wegpusten. Puh! 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 Neun? Keine good idea. Ja! Das ist halt. Ja, viel. Das ist halt. Perfekt, dann werde ich jetzt deine Haare ein bisschen färben. Ich hab da so ne richtig coole Technik, zeig ich dir, bzw. erstmal zeig ich dir, was ich geplant habe. Und zwar habe ich neue Haarkreide gekauft. Ich lese dir mal vor, was wir hier so haben. Du sagst mir, welche Farbe dich am meisten anspricht, okay? Okay, wir haben hier ein Old Cherry Red, dann haben wir Sun Kiss Orange, Custard Yellow, Tropical Seatress, Zesty Green, Peacock Green, Peacock, Egyptian Blue, Nautica Blue, Midnight Sky, Viver siihen, Viver... f und Foxy und Pink und welche Farbe findest du am schönsten? Okay, schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Dafür brauche ich dann auch Wasser und ich habe extra noch so einen Kohlenpinsel. Damit ich das richtig gut so einarbeiten kann. Aber bevor ich dir die Farben zeige, muss ich meine Hände mal einpacken kurz in diese Handschuhe, damit die ganze Farbe nicht auf meinen Händen landet, sondern nur in deinen Haaren. hier sind die Farben drin. Schau mal! Okay, die Farben sind auf jeden Fall richtig gut geschützt. Wow! 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 Das sieht so cool aus! I love it! Und welche Farbe wünschen Sie heute? Schau mich mal an. Ich überleg mir, welche Farbe richtig gut zu dir passen würde zu deinen Haaren, okay? Okay. Ich habe mir jetzt für dieses Pink entschieden. Ich glaube, das sieht so cool aus. Aber ja, das Ding ist, das geht nur, natürlich nur, wenn man feuchte Haare hat. Deswegen werde ich jetzt deine Haare oben anfeuchten. Okay. Einmal ab und zu. So. Ui. Jetzt sind deine Haare ganz schön nass geworden. Aber gut. Das muss so. Ich habe sogar extra nur Versiegelungsspray, damit die Farbe so länger dran bleibt. Aber das zeige ich dir erst gleich. Erstmal werde ich das so verwenden. Für deine Haare. Für deine Haare. Ich werde das so richtig schön auf deine nassen Haare so drauf. Streichen. Drauf. Kreiden. Okay. Ich nehme erst mal hier so. Okay. So. Wow. Und so. Wow. Wow. Ich hab mir gedacht, für den Start nehmen wir erstmal nur so vorne. Vorne so zwei Strähnchen. Vielleicht hier in der Mitte noch ein bisschen. Und das sieht so cool aus. Okay. 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 Jetzt will ich das richtig schön einarbeiten. Ich geh mal an der Seite so. Okay. Damit er schön gleichmäßig wird. Und. Ja. Perfekt. Und. An der Seite nochmal genau so. Okay. 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 Ich versche. Perfekt. Ich werde das noch mal ganz kurz ein bisschen gerade vorne hier an den Strähnchen, würde ich hier so vorsichtig noch mal ein bisschen zu tolle Stellen so auskämmen mit dieser kleinen süßen Brush. Geil. Und nur so vorne. Ja, genau so. Perfekt. Ich würde gerne beim nächsten Mal, weil wir uns sehen, grün oder blau ausprobieren. Was würdest du eher nehmen, grün oder blaue Haare? Ja, muss man unbedingt mal sagen, wenn ich eins der beiden Farben, eins von den beiden Farben ausprobieren darf. Ja. Ja. Ein bisschen noch auskämmen. Gleich ist es perfekt. Ja. Wow. Okay, dann werde ich das jetzt mal versiegeln. Dafür habe ich extra. Und dafür kann ich die anderen Schuhe ausziehen. Perfekt. 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 Überall Lassen wir kurz einwirken kurz einwirken lassen Ich fasse schon mal vorsichtig an Perfekt, es hat richtig gut geklappt Das heißt, das hält jetzt ein paar Tage locker wenn du nicht duschen gehst Ja, aber bei einem kleinen Regenschauer da sollte dann nichts passieren Es hat so viel Spaß gemacht Deine Haare zu schneiden zu färben Ich hoffe, du konntest dabei richtig gut entspannen Ich freu mich schon so toll, wenn wir uns ganz schnell wiedersehen Pass richtig gut auf dich auf Und dich lieb Und dich lieb Und dich lieb Und dich lieb Ich bin ganz schnell Ich bin ganz schnell